H.B.T.R.E. Ich bin's, der Birger. Und heute geht's um was total, brutal Wichtiges. Und zwar... How to Bockwotzen. Den müsst ihr schließlich an allen kleinen Standard einhalten, wenn es zu Komplikationen mit dem §1 bis X im ungeschriebenen bayerischen Verhaltenskodex kommt. Phase 1. Die Verwandtschaft von der Bockwotzen. Da hätten wir als erstes die handelsübliche Watschen. Die Watschen ist statistisch die am meisten ausgehalten. Und an und für sich ist die auch gar nicht tragisch und trifft die meistens von links oder rechts am Oberschel. Die Watschen wird außerdem oft mit dem Begriff Knack kombiniert und der einzige Unterschied liegt quasi schon in der Namensgebung, ab dann trifft sie halt von hinten im Knack. Und direkt hinten nahe hätten wir Shane. Die Ausführung ist im Grunde genau dieselbe, bloß dass du's nicht kriegst, sondern fangst. Sie trifft die allerdings meistens unerwartet, was das Gemeine dran ist und manchmal wird's gern mit drum kombiniert und dann wird draus auch drum Shane. So, und am Ende kommen wir zum eigentlichen Thema, zu der Pfotzen. Damit's daraus sicher nicht abholst, sind wir uns ehrlich, da muss einiges passieren und dementsprechend tut's gut in der Goschen. Parallel zum ansteigendem Schmerzpegel. Ist aber auch ein bisschen Sinnlosigkeit in der Pfotzen, dass die gepeinigte Person zeitweise das Gedächtnis vor lauteres Schalalalalala im Oberstel verlieren könnt. Und daher ist die Pfotzen eher als Befriedigung für den Austeiler zu sehen als eine Strafe für den vermeintlich Schuldigen. Damit kommen wir zu Phase 2. Die richtige Ausführung. Stellen wir uns als erstes zwei Leute vor. Nehmen wir mal Person A, ein Fänger, und Person B, die, quasi der Austeiler. Also erst einmal stellst du ca. eine Armlänge entfernt zum Schell von Person A, ein Fänger, hin. Und wichtig dabei ist, dass du schaust, dass rundum genug Platz zum Aussehen ist. In der Ausholphase nimmst du dein Arm und dreist ihn langsam hinter dir und gleichzeitig gehst du mit dem Oberkörper langsam mit. Deine Füße bleiben aber in schulterbreiter Stellung, da wo sie sind. Wenn du dann hinter dir einen maximalen Winkel ausgekalt hast, gehst du über in die Austeilphase. Streckst dein Arm weiterhin aus, spreiz deine Fingern und dreist dich so schnell wie du kannst und mit aller Kraft in Richtung Schell von Person A. Kurz darauf darfst du dich dann ganz von selber direkt in der Aufprallphase befinden und folgender Ton ist zum Hören. Person B liegt im besten Fall da, weiß nicht was geschlagen hat, Sandrot zum Wasser und dein Befriedigungspegel steigt. Und schon sind wir in Phase 3. Wann wird ein Bockpfotzen ausgehalten? Folgende Situation. Es ist Freitag, eins in der Früh, hast du einen sauberen Suri in der Fotzen, weil du von vier am Nachmittag weg bist, bis du selten zugesperrt haben eingelittert hast, es wird jetzt morgen nichts mehr geben. Du kommst heim, stehst vor der Haustier, früh wächst erst einmal dreiviertel die Stunde mit dem Schlüssel umeinander, weil es nicht mehr geradeaus sägst, angemerkt, obwohl dir gar nicht zugesperrt ist, du grabest Treppen auf und ab in dein Zimmer. Erledigt. So weit, so gut. Wenn deine Leute das mitkriegen, gibt's einen Pfiff oder höchstens ein Watschen oder schön. Wenn du aber ins Wohnzimmer kriegst, anstatt auf ins Bett, am Wohnhisch scheißt, Salzstangen reinsteckst und deine Mom anschreist, der ekel Wunderbiz da, dann ist definitiv Bockpfotzenzeit. Da brauchst du ja gar nicht gewährstellen. Oh Gott, nein, Hüter! Und ansonsten erteile ich ab sofort jedem Bayern die Pflicht, dass ein saubere Bockpfotzen austeilt wird, sobald jemand gegen einen ungeschriebenen bayerischen Verhältenskodex verstehst. Und ich fürcht, dass die Kodexlisten in den nächsten Wochen noch ein Stück länger werden wird. So schaut's aus, haut's euch rein, die reinhauen, ich geh jetzt Pfotzen austeilen und wir sehen uns. Habe die Ehre! Drei 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 Drei